All diese Schuhe gehörten dem kleinen Robert. Nein, sie gehören Monika, Martina, Matthias, Brigitte und eben Robert. Diesen Mann brauche ich Ihnen wohl nicht vorzustellen. Roy Bleck, ein sichtlich faszinierter Kindernam. Na, die kleinen Weißchen packen es wohl noch nicht so. Gans. Grund des fröhlichen Beisammenseins. Deutschlands erste Fünflinge feiern ihren ersten Geburtstag. Das ist der Mann der Gang. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.